Und hier ist der erste Kämpfer vom Team Dragonfighter-Siegel, Michael Regli! Und hier kommt ein Gegner, Freundin Nolan Lions Pilleberg. Und hier begrüßen Sie mit mir, Justin Thielke! Ich meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser K1-Kampi über 30 Minuten nach 1,5 Minuten im Super-Bitte-Gemicht nach der Saison der BFCI. Ich stelle vor, dass er bis auf dem Ecke mit einem Paxgewicht von 69,8 Kilogramm. Er fährt hier und heute sein Debüt. Wir begrüßen Sie mit mir auf Siege, Michael Regli! Der K1-K1-Kampi über 73,8 Kilogramm auf die Waage. Auch er streitet heute seinen ersten Kampf. Pille aus Pilleberg! Justin Thielke! Pilleberg! Das wird eine neue K1-Kampi über K1-Kampi. Ein viel Kampfverlässchen passiert heute in Deutschland. Also, wir haben... Kampf Nummer 7, bevor der 30 Minuten Pause. Ihr seht heute nicht live, also unsere Kommentar ist ein bisschen anders. Der blühe Korn in die blühe Kloven, der rühe Korn in die blühe Kloven, das ist großartig. Auf der neuen Kampf, keine Schin-Bone-Protection. Das ist das, was ich möchte. Lass sie immer gegen die Worte kämpfen, wie sie immer kämpfen. Especially an dieser Zeit. Endlevel, 19 Jahre alt. Also, sie haben die Jugend-Konsent, die können, was sie wollen. Ja. Ich denke, sie sollten nicht mehr mit Protektion gegen die Worte kämpfen. In meiner Meinung nach. Sie wissen, wenn sie wirklich grün sind, und sie haben vielleicht weniger als ein Jahr Erfahrung in Training, vielleicht ist das eine gute Idee. Aber diese Leute haben länger als ein Jahr trainiert. Es sieht so aus. Oh, sicher. Otherwise, ja. Das ist gut. Bleib hier. Ich antworten. Ich antworten. Oh, gute Kombination. Head-Body-Head. Sehr gut. Dragonfighter Jim Michael Riglin, 20 Jahre alt. Ich denke, Justin ist ein bisschen langer. Justin Tilke. Tilke ist von Golden Lions. Der erste Kampf, ich denke, er ist ein bisschen reserve. Er hat keine Kombination, er hat nur ein paar. Er hat nur ein paar. Er hat nur ein paar. Einmal, ein paar. Einmal. Oh, da geht er. Ein, zwei und ein Kick. Aber die Trainer sagen sie, dass er einen Kick einfach nur ein Kick hat. Okay, das ist ein Jahr. Es ist hart zu beantworten, in meiner Meinung nach. Oh, ja. Wow. Um... Oh, ein Head-Kick. Er hat nicht ganz gut gelesen. Oh, ein Head-Kick. Ja, ja, ja. Er hat gut in die Head-Kick. Oh, er kommt jetzt aus, bangen. Oh. Oh. Round 2. Er hat gewonnen, um ein Kampf zu kommen. Round 1, er war nicht da. Round 2, er ist bang. Ja, jemand hat ihn in der Wagen gewonnen. Hey, du hast drei Rounds, Leute. Du musst es counten, man. Oh. Du musst es gewinnen. Nice low-to-counter. Oh. Better, better. Now, er arbeitet. So, if you gave the Round 1 to the Blue Corner, Red Corner has to win the next two. So, he's doing the right thing. Man, he's really dominating the second round up to now. Justin is definitely working much more in this round. Another Head-Kick. He has good High-Kicks, even though they're not really landing. But here comes Michael. He's coming back. I love this Newcom action. Well, he needs to throw combinations again, Justin. All the combinations landed at the beginning of the round. Now, we start throwing combinations. Again, just single shots. That's not the way he will win. One and a half minutes, guys. It's over so quickly, you know? Even though it feels way longer in the... Ah, yeah, sure. ...when you're fighting. It feels much, much longer when you're in there. But either you've got to impress at the beginning, take 30 seconds off in the middle and impress in the last 30 seconds. But you don't want to take your foot off the gas in the last 30 seconds, and your opponent puts on the gas because then he steals the round. Round three. Justin Tulk in the red corner versus Michael Riglin in the blue corner. He's very good. Justемся answer, just answer. Hello. Row, hello. Do you this? Do you want to do it. Work. A little more, Justin. A little, answer. A little. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Whoa. That's better. Two solid kicks. Hier kommt Michael. Michael kommt. Helloween. Let's go. Ich denke, Justin sollte mit den Low-Kick gehen. Jetzt muss er wieder pushen. Kombination Low-Kick, Kombination Low-Kick Der left leg von Michael ist definitiv hurting. Ja, he scores some good points. Jab, Low-Kick, Jab, Low-Kick. Michael is not blocking. That was a good kick to the liver by Justin. In K1, also the pressure and the wing control counts. And that goes to Michael. Because Justin was just running away. Ein engagiertes Debüt der beiden Kämpfer. Michael Reglin und Justin Tilke. Ihr Applaus für die beiden Kämpfer. In drei Runden werfen wir einen Blick auf die Punktzettel. Die Punktrichter näht den Kampf. Mit 2-0 Stimmen für den Gewinner. Auf der roten Ecke. Auf der roten Ecke. Wir waren richtig. Wir waren richtig. Aber eine gute Wunschung der beiden Kämpfer. Ja, eine gute Wunschung der beiden Kämpfer. Das war eine gute Wunschung. Anode. Gämpfer hat das nur eine kleine Wunschung zuvenesgutze, ist es nicht klar. Wir waren richtig. Wir waren richtig.